Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal Gaming Proofs. Wir spielen weiter Helldivers 2, denn wir haben eine neue Mission zu erfüllen. Das heißt, ja, mal gucken ob wir es schaffen. Okay, ein paar haben schon dazu gejoint, das ist ziemlich cool. Denn wir bekommen bei dieser Mission 45 von diesen Medaillen, das ist ziemlich krass. Wir müssen diesen Planet befreien. Wir haben drei Tage Zeit dafür, um diesen Planet zu befreien. Darum, ähm, ja, machen wir das, weil 45 solche Medaillen ist ziemlich krass. Oh Mann. Komm schon. Okay, hier. Warten. So. Hm. Ich würde sagen, ich nehme das, den Laser, das, das. So. Perfekt. Na dann. Geht's los. Ja, ich habe ein Video gesehen, es sollen wohl bald Mechs kommen. Das ist ziemlich cool, denn im ersten Teil gab's Mechs. Es gab Panzer und Fahrzeuge, wo man einsteigen konnte. Und ja, wenn hier Mechs kommen, das wäre natürlich richtig geil. Die müssen halt auch so wie beim ersten Teil, also ihnen muss die Munition ausgehen und dann kannst du sie nicht weiter nutzen. Oh mein Gott, das ist ja übel so dunkel. Oh, krass. Oh, okay. Mensch. Oh. 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 ja wenn man zu viel zu viert spielt dann kommen ganz viele solche versorgung spots zum einsatz ja also wenn es so dunkel ist für euch natürlich wahrscheinlich ein bisschen schwer zu sehen aber es übel ist es bringt da so eine coole atmosphäre wenn es so neblig und dunkel ist ich glaube wir haben den kampf mit den robotern verloren das ist nicht so gut die die wollten wirklich die die demokratie nicht also das ist ja gegen diesen brocken braucht man am besten verdammt so eine bazooka das habe ich jetzt nicht mitgenommen ok so ein feigling lässt uns einfach in stich verdammt gleich ist er down jawohl ja es ist natürlich nicht cool von den von unseren kollegen dass er uns da im stich gelassen hat da ist noch einer haben wir es erledigt ja gut gehen wir dorthin und schauen was da gibt gibt es hier proben oh gott da ist noch ein brocken na gut ja nimm das weg ist er und gibt es hier noch irgendwelche das ist natürlich schade dass ich für den den laser verbraucht habe weil der hat eine ziemlich lange abklicken zeit ich glaube vier minuten da ist ein bug durchbruch verdammt da kommt d2 ich hoffe ich sterbe nicht solange sie okay okay ich glaube das haben wir ich würde sagen wir machen diese nebenmission hier gleich neuer halber ist dazu gedreut ist so schön das ist doch schön oh da ist wieder dieser brocken mensch sind aber ziemlich viele brocken auf stufe 4 finde ich das hat ihn aber wirklich ziemlich gut erwischt vergisst er oder nee der lebt noch jetzt aber ja ich habe mal mit bazooka kannst du ihnen die panzerung weg ballern und dann kannst du auf ihn schießen okay geil na das war nicht notwendig aber gut ähm ich würde sagen wir gehen da hin oder? ja oh da ist eine nebenmission geil wenn man diese nebenmission mit den kanonen macht dann hat man fünf schüsse artillerie wenn man eine nebenmission mit dem satellit macht dann werden alle geheimnisse auf der karte aufgedeckt was ziemlich cool ist da ist eine seltene probe ist ganz gut okay ähm wo sind noch mhm 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 verdammt ok wir gucken mal nach der typ hat ein schilder cool ja perfekt weiter geht's gott na gut genau zwischen auch nein der hat verstärkung gerufen verdammt ich wollte sagen genau zwischen den beinen ihm geschossen ok bau verdammt einer ist gestorben proben gibt es hier proben hier gibt es noch eine Probe weiter geht es das ist ein großer Krater ja ich spiele mit so einer Rüstung die sehr sehr leicht ist damit ich eine lange Ausdauer habe die hat nicht so viel Rüstung aber diese Rüstung hat so einen Nebeneffekt der dazu führt dass sie noch gepanzert ist die kann man glaube ich nicht bekommen die habe ich im Shop gekauft in diesem ja in dem Shop aber nicht für Echtgeld weil ich habe diese E-Bag-Credits schon gesammelt und ja also so gesagt kostenlos oh man okay der ruft den Laser Gebiet gereinigt Mensch Leute das geht hier mit euch richtig zuckig das ist cool das haben sie vorher nicht gesagt das Primärziel nahe oder Sekundärziel sowas haben sie vorher nicht gesagt ich glaube das haben sie nach dem letzten Patch gemacht oder zumindest ist es mir nicht aufgefallen dass sie sowas gesagt haben ich gehe ans Terminal oh Gott was macht der da oh man bitte mich umbringen ich bin am Terminal okay Bugdurchbruch wo aha da oh Gott zum Glück habe ich keinen erledigt das war ziemlich knapp ich habe nicht so weit geworfen Mensch oh oh man oh mein also manchmal auf stufe vier kommen solche bugs die sind unsichtbar und die schleichen sich so euch von hinten an und greifen euch an die sind so lästig die fläche zum glück kommen hier keine erledigt das wäre natürlich schön dass wenn ich mir da ein bisschen munition na gut na gut noch nicht mein freund da ist noch ein nest in der nähe was wir erledigen können sehr schön seltene probe man das ist nicht so gut ach du scheiße ist erledigt mehr na komm lauf 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 okay haben wir naja jetzt sind sie sauer haben wir es erledigt diesen außenposten haben wir gereinigt ziemlich viele hier was ist es hier oh gott das macht uns auch oh man okay oh gott na gut oh meine güte oh meine güte wir haben das jawoll oder ist das noch ein schön ist da noch ein schwerer oder was noch einer meine güte drei von den tischern das ist wirklich ärgerlich oh gott oh mein gott ist erledigt das war ja krass sie wollten uns einfach überrennen oh man der typ ist aber gierig nimmt sich gleich zwei von den teilen also von den versorgungs pot ich bin mir nicht sicher ob diese laserwaffen auch so gut gegen bugs sind ich weiß dass sie ziemlich gut gegen roboter sind weil sie hitze erzeugen bam oh man oh der wird jetzt voll geballert krass oh mein gott was war das ich glaube dass ich diese 5 tonnen bombe oder oder 5 kilo 500 kilogramm bombe oh gott verdammt noch ein schwerer und das das oh gott der laser ist verrückt oh gott und erwerb die möglichkeit hier rüber zu kommen ich glaube schon oder oder kommen noch noch mehr bugs ganz ruhig schönen gruß von der demokratie oh gott ja mein die sind einfach so gespawnt das habe ich ja flugzeug habe ich da ja geschenk für euch oh gott oh gott oh gott diese bombe was er wirft wie oft kann er denn sie werfen das ist ziemlich krass ich würde sagen genau wir wollen uns die nebenmission ok so viele proben hier was ist der bug durchbruch verdammt was was das gibt es doch einfach nicht der typ spielt ganz alleine guckt euch an wir sind alle hier und er macht da sein eigenes ding geil oh man das ist natürlich ärgerlich wir hatten noch ein ähm noch ein nest säubern können weil wir weil wir haben noch 17 minuten zeit aber gut oh gott und der fällt runter ja selbst schuld oh gott oh gott jetzt schießen das auf uns ja da kommen die was wir natürlich spülen ein bisschen munition zu haben genau oh gott da muss ich mit granaten werfen aber die treffen geil okay nur aus pelikan 1 sehr schön haben wir ab jungs ja der grüne ist level 3 ok der den der den den diesen shuttle gerufen hat der war level 3 der pinke ist level 30 der blaue war level 15 ich bin level 21 ok der wollte ganz schnell weg das war wahrscheinlich zu hart für ihn aber gut ja geil ich glaube wir haben ja alle nebenmissionen geschafft wir haben ein nest nicht gesäubert das ist schade aber gut mal gucken wie viele proben wir gesammelt haben das ist ziemlich wichtig und dann würde ich auch sagen machen wir schluss das ist nicht schlecht nicht schlecht ja sehr schön ja ich würde auch sagen wir machen jetzt schluss ich hoffe das video hat euch gefallen wenn ihr bock auf weitere geilen videos habt dann schaut doch an wie ich ähm Tekken 8 online spiele oder auch weitere videos von hell divers und ich würde sagen wir sehen uns dann im nächsten video auf 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 Vielen Dank.